Antibiotika Teil 8 – Intraabdominelle Infektionen Antibiotika oder doch Operation? Diese Frage stellt sich vor allem bei intraabdominellen Infektionen, da hier bei unzureichender therapeutischer Kontrolle ein hohes Sterblichkeitsrisiko besteht. Häufig sind hier sowohl eine chirurgische als auch eine antibiotische Therapie nötig. In dieser Folge des Antibiotika-Kurses schauen wir uns drei wichtige intraabdominelle Infektionen an, die Cholangitis und Chiolycystitis sowie die Divertikulitis und die Peritonitis. Eine Chiolycystitis, also die Entzündung der Gallenblase, entsteht meist aufgrund großer Gallensteine. Sie führen zu Mikrotraumen der Gallenblasenwand und behindern den Abfluss der Gallenflüssigkeit. Es kommt daher zunächst zu einer sterilen, also abakteriellen Entzündung. Im Verlauf steigen dann aber Darmkeime in die Gallenwege auf. Eine bakterielle Entzündung ist die Folge. Die häufigsten Pathogene sind hier E. coli, Klebsiellen, Enterobacter und Anaerobia. Auch anecholangitis, die Entzündung der Gallengänge, wird durch das Aufsteigen von Bakterien aus dem Duodenum verursacht. Dies kann ebenfalls auf Gallensteine zurückzuführen sein, aber auch auf Strukturen. Strukturen sind Engstellen, also Stenosen oder Einschnürungen des Lumens der Gallengänge, die infolge von Entzündungen, Tumoren oder Narben auftreten können. Kurzum, jegliche Stase und Traumatisierung der Gallenblase und Gallenwege begünstigen bakterielle Infektionen. Symptomatisch werden Gallenbeschwerden zumeist über Schmerzen im rechten Oberbauch. Das Leitsymptom der Chiolycystitis ist allerdings das sogenannte Murphy-Zeichen. In diesem AMBOS-Untersuchungsvideo erfährst du mehr zur Bewertung des Murphy-Zeichens. Darüber hinaus können bei Chiolycystitis auch systemische Symptome wie Fieber und weitere Symptome einer bakteriellen Infektion bis hin zur Sepsis auftreten. Mehr dazu in der Auditor-Folge zur Sepsis. Bei der Chiolyngitis ist der Charcot-Trias-II-Symptomkomplex ein wichtiges Diagnosekriterium. Er besteht aus rechtsseitigen Oberbauchschmerzen, Ictarus und Fieber. Die Charcot-Trias ist allerdings nur bei einem Drittel der Erkrankten voll ausgeprägt. Daher ist eine ergänzende Beurteilung mittels Anamnese, Sonographie und Laborwerten wichtig. Eine akute Chiolycystitis oder Chiolyngitis wird in der Regel chirurgisch beziehungsweise endoskopisch therapiert. Die Empfehlungen zur Antibiotikatherapie richten sich vor allem nach Expertenmeinungen, da es nur wenige Studien zum Thema gibt. Die kalkulierte Therapie soll dabei insbesondere Gramm-negative Enterobakterien abdecken. Zur Therapie der Chiolycystitis und der Chiolyngitis bietet sich deshalb eine Kombination aus Zeftreaxon, hier im Einsatz gegen Gramm-negative Bakterien, und Metronidazol gegen Anaerobia an. Alternativ kann das Cephalosporin-Zeftreaxon auch durch ein Penicillin mit Beta-Lactamase-Inhibitor, wie beispielsweise Ampicillin-Sulbactam, ersetzt werden, oder durch Fluorchinolone, wie Ciprofloxacin oder Levofloxacin. Patientinnen und Patienten mit Risikofaktoren, also beispielsweise mit Anzeichen einer Sepsis, werden bevorzugt mit Peperacillin-Tazobactam oder Kabapenemen der Gruppen 1 oder 2 wie Meropenem therapiert. Der Beginn der Antibiotikatherapie erfolgt direkt mit der Diagnosestellung. Die Dauer der Antibiotikatherapie variiert hingegen. Bei alleiniger, konservativer Therapie der Chiolycystitis wird bis zum Abklingen der Entzündung therapiert. Dieses Abklingen wird dabei mithilfe klinischer Symptome und laborchemischer Parameter beurteilt. Bei operativer Therapie mit begleitender Antibiotikagabe erfolgt diese gewöhnlich bis etwa 5 Tage nach Operation. Eine akute Cholangitis wird bis zur vollständigen Drainage der Gallenwege, also bis zur vollständigen Beseitigung der Obstruktion, therapiert. Die Divertikulitis ist die akutentzündliche Komplikation einer Divertikulose. Schon bei der Divertikulose liegen anatomische Veränderungen des Darms vor. Allerdings sind sie oft noch asymptomatisch. Diese Veränderungen entstehen bei Menschen aus Europa meist im Kolon Sigmoideum. Mucosa und Submucosa drücken sich durch Stellen der Darmwand mit schwacher Muskulatur und bilden Ausstülpungen. Zurückzuführen sind diese Schwachstellen auf ballaststoffarme Ernährung, Obstipation und Bewegungsmangel. Die Divertikulose gilt deshalb als Zivilisationskrankheit. Wird Stuhl in den Divertikeln eingeschlossen, kommt es insbesondere bei zusätzlicher Durchblutungsstörung zur Entzündung, der Divertikulitis. Hierbei wird das Gewebe geschädigt und die natürliche Schleimhautbarriere geschwächt, die normalerweise vor den Mikroorganismen im Darm schützt. Vor allem Anaerobia, wie beispielsweise Bakteroides fragilis und gramnegative Bakterien führen dann zu einer bakteriellen Infektion. Bei schweren Fällen kann es außerdem zur Bildung von Abszessen und Fisteln oder sogar zur Perforation der Darmwand kommen. Auch eine Chronifizierung der Divertikulitis ist möglich. Entwickeln sich Symptome, dann sind vor allem akute und fortschreitende Schmerzen im linken Unterbauch charakteristisch. Die Divertikulitis wird daher auch als Linksappendizitis bezeichnet. Daneben treten Fieber, Stuhlveränderungen, Meteorismus, Übelkeit und Erbrechen oder eine lokale Abwehrspannung als Folge einer Reizung des Peritoneums auf. Es gibt keine konservative Therapie, durch die sich einmal entstandene Divertikel zurückbilden. Operationen sollten trotzdem nur im Notfall, etwa bei einer Perforation oder bei klinisch relevanten Fisteln oder Stenosen durchgeführt werden. Ein Verzicht auf eine Antibiotikatherapie kommt nur in Frage, wenn eine unkomplizierte Divertikulitis mit insgesamt geringem Risiko vorliegt und eine engmaschige klinische Kontrolle möglich ist. Liegen jedoch Risikofaktoren für einen komplizierten Verlauf vor, etwa eine arterielle Hypertonie, chronische Nierenerkrankungen oder Immunsuppression, so ist eine Antibiotikatherapie indiziert. Sie ist daher in der Regel ein elementarer Baustein der Therapie bei Divertikulitis. Das Therapiekonzept ist insgesamt stadienabhängig und basiert auf der Classification of Diverticular Disease, der CDD. Für die Antibiotikatherapie liegen allerdings kaum Studiendaten vor, weshalb sich diese an Expertenmeinungen orientiert und stadienunabhängig ist. Zur antibiotischen Therapie der Divertikulitis eignen sich Wirkstoffe, die das zu erwartende mikrobielle Erregerspektrum abdecken. Es gibt keine besondere Empfehlung für eine bestimmte Wirkstoffkombination oder Applikationsform. Eine Therapie mit Cephalosporinen erfordert als Kombinationspartner Metronidazol zur Abdeckung des Anaerobiaspektrums. Alternativ können auch gegen Anaerobia wirksame Penicilline mit Betelaktamase-Inhibitoren, also Peperazilin-Tazobactam oder Ampicillin-Sulbactam, eingesetzt werden. Die Dauer der Therapie richtet sich nach dem klinischen Zustand der Patientinnen und Patienten. In etwa 80% der Fälle ist eine Peritonitis sekundär. Sie entsteht also als Folge einer akuten abdominellen Vorerkrankung. Dazu gehören Perforationen der innerhalb des Bauchfells liegenden Hohlorgane wie Gallenblase, Magen oder Darm, aber auch die Eröffnung der Bauchhöhle und damit des Peritoneums. Auch Organentzündungen wie Appendizitis, Cholecystitis oder Divertikulitis können auf das Peritoneum übergreifen und zu einer Peritonitis führen. Bei der sekundären Peritonitis liegt in der Regel eine Mischinfektion vor. Häufige fakultativ anaerobe Pathogene sind E. coli und Klebsiellen. Häufige anaerobe Pathogene sind die Bakteroides Spezies, vor allem Bakteroides Fragilis, Fusobakterien sowie die aerotoleranten Enterokokken. Die sekundäre Peritonitis zeigt sich klinisch durch starke, diffus über den Bauchraum verteilte Schmerzen und durch Druckschmerz mit Abwehrspannung im betroffenen Areal. Meist leiden die Patientinnen und Patienten auch an Fieber und einem reduzierten Allgemeinzustand sowie einem paralytischen Ilius, also einem Darmverschluss. Der Darmverschluss wird durch eine Lähmung der Darmmuskulatur verursacht. Die Therapie der sekundären Peritonitis erfolgt chirurgisch mit begleitender antibiotischer Therapie. Bei der chirurgischen Therapie wird einerseits der Infektionsfokus gesucht und saniert und andererseits eine ausgiebige Spülung durchgeführt. Bei sehr ausgedehnten Infektionen kann sogar eine operative Revision notwendig sein. Zudem wird bei Verdacht in der Regel sofort mit einer breiten antibiotischen Therapie begonnen. Bei einer ambulant erworbenen Peritonitis mit frischer Perforation und klarer Lokalisation sind aufgrund des zu erwartenden Erregerspektrums die Antibiotika der ersten Wahl Fluorchinolone der Gruppe 2 oder 3 wie Ciprofloxacin oder Levofloxacin mit Metronidazol zur Abdeckung von Anaerobiern. Alternativ kommen auch Cephalosporine der Gruppe 3A wie Zeftreaktion mit Metronidazol zum Einsatz. Liegt die Perforation länger zurück bzw. ist die Lokalisation unklar, ist das Mittel der ersten Wahl ein Azyl-Uriidopenicillin mit Betalactamase-Inhibitor, also Piperacillin-Tazobactam, alternativ auch Carbapeneme der Gruppe 2 wie Ertapenem. Eine nosokomial erworbene oder komplizierte sekundäre Peritonitis birgt ein erhöhtes Risiko für eine Sepsis oder multiresistente Keime, besonders für vancomycinresistente Enterokokken und multiresistente Grammnegative Bakterien. Mehr Informationen zu diesen Erregertypen findest du in der Folge 4 des Antibiotika-Kurses. Bei solchen Infektionen kann beispielsweise mit Carbapenemen der Gruppe 1 wie Meropenem oder Imipenem-Zylastatin therapiert werden. Kombinationstherapien mit Tigezyklin, Linizolid oder gegebenenfalls auch Daptomycin decken multiresistente Keime ab. Dagegen tritt die primäre Peritonitis, also eine Infektion ohne eine akute abdominelle Vorerkrankung nur selten auf. Bei Erwachsenen entsteht sie meist als spontan bakterielle Peritonitis, kurz SBP genannt, im Rahmen einer Aszitis. Es handelt sich in diesen Fällen in der Regel um eine Monoinfektion durch E. coli, Klebsiellen oder Bakteroide-Spezies. Die primäre Peritonitis ist symptomärmer als die sekundäre. Die SBP verläuft sogar oft asymptomatisch. Eine symptomatische primäre Peritonitis zeigt sich durch abdominelle Schmerzen und Abwehrspannung sowie durch Fieber, Durchfall oder Erbrechen. Die Therapie erfolgt vorwiegend konservativ mittels Antibiotika. Aufgrund des anderen Erregerspektrums sind zur Behandlung Cephalosporine der dritten Generation wie Zeftreaxon Mittel der ersten Wahl. So viel zu den intraabdominellen Infektionen und deren Antibiotikatherapie. Wenn du möchtest, dann kannst du hier noch ein paar Fragen zum Thema kreuzen.